So, es geht los. Eine neue Ära beginnt. Nein, Spaß. Wir haben ein neues Hobby, ich und meine Freundin. Oder wie sagt man so schön? Meine Freundin und ich. Auf jeden Fall, wie ihr es sofort seht, handelt es sich um ein Aquarium. Wir haben uns für das Juwel Rio 125 LED entschieden. Also, 125 für 125 Liter. Die LEDs sind dabei. Der Filter ist dabei. Die Pumpe war dabei. Wie sagt man? Der Heizstab ist auf jeden Fall dabei gewesen. Und ansonsten haben wir passend dazu noch diesen Unterschrank gekauft. Also, es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ich kann mal hier so einen Weitwinkel machen. Habe ich euch mal so zeigen. Ich bin gerade am Temperatur messen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir sind nämlich am Einfahren. Wir haben beide noch nie sozusagen wirklich ein eigenes Aquarium besessen. Und das ist jetzt unser erstes Mal. Wir haben uns jetzt erstmal alles in Ruhe belesen. Dass das jetzt so milchig ist, das ist ganz normal. Durch die ganzen Bakterien. Wo man da jetzt... Ich glaube, das ist jetzt der dritte Tag. Und ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, wie es heißt. Ich gehe mal kurz schauen. Hier drin ist es eben Rapid. Aquarium Starter Rapid. Das ist sozusagen... Das sind zwei Flaschen. Die hat man uns empfohlen, reinzumachen. Und dann kann man sozusagen, wenn man möchte, schneller die Fische und so rein. Aber das machen wir nicht. Wir sind jetzt, glaube ich, beim dritten oder vierten Tag. Wir werden auf jeden Fall abwarten. Die Eingewöhnungsphase hier, dass sich das... Ja, ganz in Ruhe sollen die Pflanzen wachsen. Den Wasserwert habe ich jetzt jeden Tag gemessen. Ist auf jeden Fall alles gut. Fast kein Nitrit. Also eigentlich fast gar kein Nitrit mehr. pH-Wert war gut. Und die ganzen Werte werden da... Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich es habe. Auf jeden Fall so ein Wasserwert. Sechs in ein Ding gekauft. Und ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall freue ich mich. Meine Freundin ist auch glücklich. Und es ist mega cool, so ein Aquarium. Also wirklich die perfekte Größe, finde ich jetzt für den Anfang. Weil wir wollten erst ein kleineres. Aber ich denke so, das ist die perfekte Größe. Es ist wunderschön in dem Raum. So als Raumtrenner sozusagen. Und ja, da werden auf jeden Fall ganz viele Videos jetzt in Zukunft kommen. Deswegen dachte ich, komm, wir starten eine neue Serie hier mal mit dem Aquarium. Mal was ganz anderes auf meinem YouTube-Kanal. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wie es euch gefällt. Vielleicht hat der ein oder andere bestimmt auch ein Aquarium von euch, gell. Ich zeige das jetzt nochmal so einfach. Ist auf jeden Fall echt ein wunderschönes Hobby. Aber er hätte nicht gedacht, wenn man immer so ein Aquarium sieht, irgendwo rumstehen. Dann denkt man, wow, schön. Aber man, das ist richtig viel Arbeit. Das sage ich euch ehrlich. Also wenn ihr euch dafür entscheidet, ihr müsst euch diese Zeit nehmen. Klar, jetzt am Anfang ist vielleicht mehr Arbeit wie nachher dann. Und es macht auf jeden Fall Spaß. Bin jeden Tag an Videos schauen. Selber auf YouTube. Weil, wie gesagt, wir sind Neulinge, Anfänger. Wie auch immer man das nennt in dem Bereich. Und, boah, es gibt tausende YouTube-Videos. Und bin ich sehr dankbar dafür. Lass auch überall immer ein Like und ein Abo da. Könnt ihr sehr gerne hier auch dalassen. Und vielleicht hat der ein oder andere dann auch mal Tipps. Und man weiß es ja nie, gell? Gegenseitige Hilfe ist immer das Beste. Wie ich gesehen habe jetzt eben auch. Haben wir uns gestern nämlich gewundert. Hier ist so ein weißer, wie so eine Gehschicht um die Äste. Da haben wir schon gedacht, oh nein, wir haben irgendwas falsch gemacht. Aber nein, haben wir nicht. Wir haben ja da die Bakterien. Und das ist ja, wie soll ich sagen, wie sagt man dazu? Ein eigenes Biotop, wo sich jetzt entwickelt, entsteht. Und, ja, da ist das ganz normal am Anfang. Wenn das dann, habe ich gelesen, glaube in, ja, in zwei, drei Wochen nicht weggeht, dann sollte man da sich ein bisschen Gedanken machen und näher mit beschäftigen. Aber jetzt ist das in Ordnung. Das sind, glaube ich, so Bakterienteppiche. Und das ist ganz normal, weil an den Ästen irgendwie, muss das noch aufgefressen werden. Und ich kann es jetzt euch nicht zu 100% erklären, aber wir haben uns gestern mal ein bisschen damit beschäftigt. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend alles und schön. Und, ja, als allererstes werden wir dann anfangen mit Schnecken, Garnelen, dann Wälze, dann, glaube ich, holen wir so Schmetterlingsbarsche, ein Pärchen und dann halt noch einen Schwarm rein. Und dann, ja, wollen wir auf jeden Fall euch ein bisschen Videos zeigen. Ein bisschen könnt ihr uns hier begleiten. Bin ich gespannt. Wird auf jeden Fall cool. Also, lasst ein Like da und dann bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.